Wurde angerufen. Von Schwalkopf wollen wir gar nicht reden. Dafür suche ich schon zwei Wochen, aber... ...juckt mich auch nicht. Ich weiß nicht, ob Tino dich fragen tut, aber... ...melde ich nicht von wissen wollen. Von so einem stummer Heimer. Von so einem stummer Heimer. Oder von so einem lauten Geballer bei Resendidl. Ja, dann sei er da euch bei Platin und bei Final Fantasy. Oh, ja. Ja, da kann ich komisch was reden. Jo. Das Spiel ist hier. Das Spiel ist hier. Das Spiel ist hier. Ja, das ist auch mein Ding. Ich schwätze das halt auch aus. Ja, das ist schon seit sieben Wochen, aber es ist seit Anfang Januar zu mir gekommen. Die Putz war jetzt wieder. Ich habe mich auch nicht geschuldet, weil ich rumgeförmt habe, wie ich es glauben kann. Wenn ich nachgeschleppt, kennen wir mich halt. Ich sage nur, dumm, dumm, die Babel, die mich anpisst, die scheiß verliegen. Ja, ist halt so. Dann bin ich halt neutral. Wenn mich jemand anpisst, weil ich das nicht kann, dann freue ich mich halt zurück, was reißen ich kann. Oder eine fette, wenn irgendein Scheiß so in die Ecke kommt. Ich meine, guck, ich freue mich jetzt. Ich habe Zahnschmerzen und extrem. Ja, damit geht es jetzt gerade wieder weg. Aber wenn ich jetzt gleich das Essen will, geht es wieder wehtun. Also freue ich mich, wenn ich Montag anrufe und ich da vielleicht nächste Woche hin. Also freue ich mich. Also, das meine ich mit. Zahnschmerzen ist ja das Schöne. Aber wenn ich jetzt... Ich habe jetzt nur noch zwei Packungen Chips. Das meine ich mit. Aber wenn ich jetzt einkaufen müsste, habe ich Angst. Das meine ich damit. Ich habe nur zwei Packungen. Mein Gott, dann fresse ich ja das Montag nichts. Ja, wenn die Zahnschmerzen fresse ich eh kaum was. Aber ich meine nur. Wenn ich sage, drei Stunden Zahnschmerzen ist geil, nur wie eine halbe Stunde scheiß Ladertack. Ja, so ist es halt. Und was kriegt? Und was kriegt? Merkst du irgendwas? Oder ist deine Schwester da oder sonst was? Oder ist deine Schwester da oder nicht? Oh mein Gott. Ja, Alter. Ja. Ja. Ich sage, das ist ja so, meine Freunde. Ja. 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 Ich sage, das war trotzdem. Ja. Ja. Das ist so geil, das ist wie ein Pavel und Pooja. Oh Mann. Was das muss sein? Haha. Muss ich auch nicht. Oh Mann. Ist das auch nicht so. Ich habe keine Angst, ich werde nur darüber gehören. Ich schlafe dabei ein. Kann ich auch nichts machen. Oh, der hat 5,6 Stunden liegen und das ist unbequem, so bei dem, wo man kriegswehrt. Das war das Einzige. Aber scheiß nah, ich kriege ja immer Panik. Das sind so viele Menschenmassen. Oder, ich weiß noch, Reinhardt mit Neubeweg. Ja, ich weiß genau so. Wie der Kolping, wir stehen am steilenden Brücke. Ich sage, hey, da ist dein Bus der 6er. Nee, da steige nicht rein. Warum? Ja, da wollen wir jetzt empfangen. Das ist leider riesig. Nur, dass wieder der Panik kommt, ja. Oh, ich habe es gelöst. Da steige ich nicht rein. Der will ich zum Panik über. Das ist nicht so, wie geil sein wird. Ach, der ist schon wieder. Das ist nicht so, wie ja, dieser Prämmert ist. Das ist nicht so, wie snel! Das ist nicht so, wie schlimm. Es ist Elektrik in dieser Arena in dieser castle. Oof! Harsh impact. Getting booked. Just carrying the opposition here. Dangerous situation here, guys. Down, right, stretch. Hang in the tree of low. Nothing good, this way comes. Hey, this is so good. Let's get out of here. Hm? Oh no. Oh no. You see? And? Oh, so. Oh no. Oh no. Oh no. It should be game over here, guys. Now Triple H needs to capitalize on this opportunity. Ich seh' mir vor, dass ich da hinten bin, hat nichts mehr Ruhe. Ein kurzer Fick steh' mir da auf. Äh, der Dreader verkackt. Ja, das ist ein scheiß Kielmatch. Und da her. Der Dreader, wer kann das mitnehmen? Der Dreader, wer kann das mitnehmen? Der Dreader, wer kann das mitnehmen? Nop. Ja, was ein Pus. Oh, was ein Boot. Er weiß, er ist in trouble. Hm! Oh man, check out this power! The game getting absolutely punished right now! Oh man, Triple A doesn't even know where he is! Oh man. Was ist das, was wir sagen, wir sind so großartig, wir sind so großartig, wir sind so großartig, wir sind so großartig. Triple H. Not stopping the leg. Gets out of Dodge now. What a great way of tossing the turnbuckle. Amazing reflexes on display. Yeah, 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 yeah. Hit the mark with that one. There's one way to incite your opponent. Too quick to catch him there. Smart, Duster! I am feeling a Titanic ship. We're going through this crowd right now. I'm telling you, it's all coming to a head now. Uh-oh! Oh, caught him! Uh-oh, uh-oh! 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 This is his chance! Will he seize the moment? That's one of the rules for checking your extremities upon impact. Against all odds, he's got the victory. Here is your winner, Andy, the Terror, the Gangster, the Scorpion! Enormous victory right there. Oh, man, I would not want to be in the boardroom with Triple H after a loss like this. You got that right, partner. Again, huge win here today. Ah-oh! So real quick. Oh, cool. 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 Oh, cool.